Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft 2 mit dem FABO. Hallo. Der FABO spielt über meinen Account und wir haben gerade einen richtig verpeilten Start hingelegt. Ja. Wo bist du? Weil ich zu schlau bin, ich renne Richtung Zug. Ich bin auf Cookies Account. Er war so nett und hat mir den gegeben. Genau, er zockt auf Black Cookie, weil ich den Account ja jetzt eh nicht brauche, gerade im Moment. Ich habe ihn quergezockt zocke und da habe ich gesagt, gut, damit Fabi aufnehmen kann, dann kriegt er halt den und ja. Black Cookie. Fuck you. Pack die andere weg. Aber wirklich nicht, ne? Also Kiste, da waren zwei Eisenbrusthane schon drin, leider hat den anderen niemand anders. No. Ich hätte dir den gern gegönnt. Ich habe ein Level. Du hast ein Level? Ich habe ein Level. Jetzt schon? Ich habe jetzt schon ein Level. Willst du mal ein Steinschwert entscheiden? Ja. Das kann ich machen. Kannst du machen, treffen wir uns ein Charterhaus? Ah, warte. Ich habe ein Hanisch für dich. Ich büger den einen hier. Ach komm, schreiß doch auf den. Wo bist du? Ich bin ein Charterhaus. Komme. Halleluja. Halleluja. Da ist der Cookie. Hast du noch eins? Nein, leider nicht. Aber ich habe noch einen... Oh, toll. Jetzt hast du schon einen Hanisch. Ich hätte noch einen Hanisch, aber den hast du selber. Ja. Meist du denken, man tut dir was Gutes, aber ich hätte Sticks, falls wir die noch brauchen. Danke für das Steinschwert neu. Fuck you. Danke. Ich habe auch noch ein halbes Level, also wenn du wieder irgendwas findest, dann nehme ich das. Da war noch ein Schaf und ein Schwein. Dann mache ich das platt, vielleicht kann ich dir dann nochmal was noch schreiben. Hey, hey, hey. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Chill, chill, chill. Ich gucke sogar kurz, ob mein Pegel wieder ausrastet. Weil normal dürfte der das nicht. Normal nicht. Reicht aber nicht. Hier, ich bewerf dich mit Samen. Nimm meine Samen. Nimm sie in den Mund. Oh nein. Schon wieder zu... Oh nein, ich spring wieder in diese Scheiß Schlucht rein, wenn ich das... Ja, nicht spring wieder in das Loch rein, wir packen mich da wieder raus. Genau so, wo ich... Nein, nein, du backst dich nirgendwo raus. Ja, ich wurde ja von kreis gefahren. Warte, guck, ich zeige dir das jetzt genau. Nein, ich laufe hier so. Und ja, jetzt ist das Loch nicht da. Hier bin ich so reingefallen. Hier so, hier. Wo bist du? Hallo. Da. Achso, ja, ich seh's. Nein, das bist du gar nicht. Na, guck ich. Oh mein Gott, wie viel hat er mir gegeben? Jo, Guck, ich kann fliegen. Oh, Guck, ich kann noch backen. Und ich hab einen anderen Skin drin, keine Ahnung. Einfach so, Yolo. Der kann ja richtig gut laufen. Echt? Ich komm von links. Ich hoffe, ich schaff das. Hey, do it. Okay. I do it. Gib mir erstmal so einen. Kick. Da kommt einer. Wo? Yolo. Alter, das ist schon wieder so eine Runde mit so viel Stuff und Leuten und... Und Zeugen und wo ich fast draufgehe. Na, na, das muss doch ein bisschen spannend werden. Ich hab doch gesagt, ich will die Spannung in meine Folgen reinbringen. Und übrigens dürftet ihr mich jetzt auf beiden Ohren hören. Ich hab da die Möglichkeit gefunden in meinem Videobearbeitungsprogramm. Das Ganze zu... machen, dass ich das Monomikro... Ja, Räder zu schnell. Genau. Entschuldigung. Oh my God. Dombardo! Du bist... Ich lass dir mal die Pumpe. Ich kipp. Pick dich! Was soll das? Du bist ja dann weggegangen. Fuck you! Ich wollte nur auf eine andere Ecke gehen. Was soll der? Alter. Geht ihr jetzt, was ich meine? Da, der nächste. Hinter dir. Ich meine ja, es bleibt bei dem Account, ne? Der ist ja auch super. Wie boostest du den? Und mich zurück! Scheiß mal auf, das Scheiß. Ptnt, Mann. Kein Bock. Was soll denn die Scheiße hier, ey? Ja, natürlich. Mit better sprinting komme ich da auch durch. Better sprinting, better... Lauf, Cookie! Geh du so leicht rechts. Ich bleib so leicht liegen. Ich muss wieder... Gehen. Das ist ja klar, ne? Der hat einen Dia, der will einen Dia droppen. Booste mich. Booste mich. Gut, geh. Du bringst mich dazu, dass ich das irgendwann töten muss. Denn ich mache so eine Scheibe mit mir. Das finde ich nicht mehr. Oh, komm mal, der Hangar ist noch offen. Wird es da noch leer? Fähig ist da noch leer? Filet ist da noch leer? Äh, noch voll. Stimmt noch. Ja, der ist noch leer, ne? Der war immer leer. Der war immer, immer ich da, hangar leer. Das geht nicht. Achso, übrigens wollte ich mich, da das ja das zweite Video jetzt auf meinem Kanal ist, auf dem neuen, wollte ich mich mal richtig hammergeil bei euch bedanken, Alter. Über 100 Abonnenten an einem Tag, das war richtig krass, ey. Bleibst du? Ich war da fast noch drin. Ich war da fast noch drin. Dann erzählst du mir was von euch. Ich will dich umbringen, ey. Ich finde den Skin sogar wie so ein Bild, das können wir nachgehen. Der Tod holt dich. Früher oder später kriege ich dich eh. Nein. Nein, gucki. Gucki. Oh, Lex. Lachs. Lachs. Es lacht, es lacht, es lacht, es lacht. Es ist gut, es lacht. Nein, aufhören. Halt, stopp. Ich hab vier Herzen. Loot. Irgendwas wichtiges? Die Brenze. Oh, ich hab zwei. Ein Ernsthaft? Ja. Eher nicht, Hacker. Brauchst du noch Sticks? Hab schon. Sag ich doch, Hacker. Hier sind voll viel Schweine. Schweine. Brauchst du sie? Ja, siehst, ich kann, ich, ja, 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 dann hab ich noch ein Level, dann kann ich dir dein Schwert enchanten. Ich nehm das mal. Ja. 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 Irgendwie nicht so. Du hast Skill, ich nicht. Und ich brauch einfach ne Feldhacke. Ja, das ist natürlich, und dann machst du so alle Damen und Herren. Ja, ich hab ne Feldhacke. Geht das? Ja. Du kannst jetzt auch angeln, den enchanten. Ja, das weiß ich. Ne, ich bin nicht, ich bin auf der 1.6. Siehste, dann enchant ich jetzt meine Angel. Das ist mir... Ne. 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 Ach, du wolltest mir noch die Feldhacke hinwerfen zum enchanten. Ja, stimmt. Warte. Da liegt sie. Ich hab ein Eisenschwertcookie gewinnen, for the ring. Gib mir das. Ha! Wie geil. Na! An wenigstens kann ich nicht dann im Deathmatch hier... Boom! Und dann bist du weg. Leu. Hi! Hallo und gut. Warum bin ich weggelaufen? Den hätt ich auch, der hat ne Goldrüstung. Ja, danke. Läuft bei dir, Kay! Ich bin den Skil, du Fuki, so geil! Ja, genau, jetzt auch! Huch! Mensch! Ja, huuch! Hab ich den? Alter! Fuck you! Du schon wieder! Du schon wieder! Du gehst jetzt wieder letztlich, ne? Nein, ich mag keine Deathmatch mit Fabio! Hier ist ne Kettenhose! Hier! Hier! Eisnern-House-Show! So! Und ihr könnt ja auch mal schauen, ob ihr die PvP-Show wieder wollt! Ja genau, schreibt mal die PvP-Show! Das waren so 30 Minuten PvP auf Hive! Zweimal die Woche, einmal bei ihm, einmal bei mir! Halt mal auf! Hehehe! Das find ich echt scheiße! War das nicht immer einmal die Woche? Nein, zweimal! Ja, bei jedem einmal! Alter! Cookie! Verschwinde! Schreck dir's wieder an! Ich will das doch gar nicht! Er hat einen Bogen! Hat keine Skills! Nein, ich merk schon! Erst auf die anderen gehen, Cookie! Ja, was mach ich denn hier? Fick dich! Oh, ich treff ihn nicht mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh bloß weg! Nein! Diese fernen Deathmatch immer! Ja, natürlich! Ich werd eh wieder verlieren! Ich kann das mit Angelbogen nicht! Äh, Angelschwert! Oh mein Gott! Alter! Wie gesagt, schaut mal unbedingt bei dem Black Cookie auf dem Kanal vorbei! Der ist richtig genial! Ne? Und... Und... Jetzt müsste Black Cookie sagen, schaut mal bei Quergetrop vorbei! Aber da ich das selber bin... Ich... Ich... Ich push mich natürlich nicht selber! Sowas mach ich nicht! Ich bin ja kein Hurensohn! Kein hochgepushter! Oh, Fabi! Unnötig! Nein! Gar nicht! Ah, ich wusste es! Ich wollte schon umdrehen vorher! Ah! 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 Alter! Das macht keinen Spaß! Alter! Mir macht das voll Spaß! Alter! Nein! Guck auf! Oh mein Gott! du musst dir nicht mal essen naja zum Glück habe ich wieder vier harsen oh das war so ein Fabi das war echt du hättest du mir ja mal gönnen können aber ich kann die Folge nicht schon wieder nennen so knapp das wäre nicht fair so knapp 2.0 wie gut ist denn alter pack diesen scheiß Bogen weg fuck you bitch fuck you fuck you schon wieder genau Hacker der schreibt es da Hacker Hacker mach aus Hacker definitiv das ist der hackt das ist so schön dass die mir wir sind zustimmen das ist ein Hacker dieser Fabo Mensch pass auf Black Cookie wird auch bändet wegen Hacker alter fick dich also übrigens alles was ich gesagt ist nur Spaß nicht dass jetzt irgendwer kommt hey Fabo ist gar kein Buch in den Boden nein das ist mir schon klar sonst würde ich nicht mit ihm zocken du hochgepusht hochgepusht ey du da kann ich zu sagen hey fertig gepusht ey wie lang ist die Folge eigentlich die ist 15 Minuten das kann man ja sogar verwenden also so knapp 2.0 ja bei mir ist so easy 2.0 ey das war so ein scheiß ein schlag oder so der wär down der wär down ich hatte ein Herz und leider hab ich gesagt ja ich hab wieder vier Herzen ich hatte immer noch ein Herz schreibt mal bitte in die Kommentare bei mir und beim Fabo ob ihr die PvP Show 2.0 wollt also das ist PvP auf dem Hive 30 Minuten Uncut alles mögliche bei jedem einmal in der Woche also zwei Folgen insgesamt war damals montags und freitags mal gucken vielleicht kriegt man das ja wieder hin wenn ihr Bock drauf habt schreibt es in die Comments ansonsten könntet ihr uns ja mal zeigen wie euch das Video gefallen hat entweder wenn es gut war ein Daumen nach oben wenn es scheiße war ein Daumen nach unten bitte auch die negative Kritik nicht irgendwie nur ey das Video war scheiße sondern dann auch schreiben ja was scheiße war zum Beispiel beim letzten Mal habt ihr alle geschrieben ja ich war nur auf einer Seite zu hören okay hab ich zur Kenntnis genommen hab ich bearbeitet oder verändert und hoffe dass es jetzt nicht so ist ja dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bedanke beim Fabo äh bedanke mich beim Fabo dass er dabei war yeah und du warst bei mir dabei hoi genau Link in der Videobeschreibung schaut da mal vorbei ne was ihr wahrscheinlich eh schon getan habt also ja kann ich mir eigentlich klemmen äh und ja nochmal Dank für die 130 Subs das ist echt krass äh wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin warte bei mir danke für 6000 okay ja wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin ciao ne ich mach es nicht wieder unnötig lang bis dahin bis dahin